Erinnert sich noch irgendjemand von euch an Base Command, dieses Mini-Battlefront-Strategiespiel in der Battlefront 1 Companion App? Generell war die Companion App eigentlich eine richtig geile Sache gewesen. Man konnte da seine Loadouts unterwegs anpassen, Blaster und Sternenkarten freischalten. Gut, das hat eh sowieso niemand gemacht, aber man hatte sonst auch noch detaillierte Statistiken zu dem Spiel. Also wie viele Kills man wirklich mit einzelnen Sternenkarten oder mit einzelnen Helden bzw. Schurken gemacht hat, wie oft man in welchem Modus gewonnen oder verloren hat. Davon hätte sich Battlefront 2 mal eine richtige Scheibe von abschneiden können. Und dann gab es eben auch noch Base Command. Ein rundenbasiertes Strategiespiel, bei dem man seine eigene Basis vor dem anrückenden Imperium schützen musste. Man hatte dafür dann verschiedene Sternenkarten, verschiedene Einheitenkarten, aus denen man sein Deck dann zusammenbauen konnte. Und das war sogar auch richtig ins Hauptspiel eingebunden. Das heißt zum Beispiel, durch Ingame-Aktionen in Battlefront hat man dann wiederum bestimmte Karten im Base Command freigeschaltet und mit jedem DLC vor Battlefront wurden dann auch neue Karten und Level eingefügt. Ich glaube, insgesamt gab es da über 140 Level mit verschiedenen Gegnern, die dann auch verschiedene Stärken und Schwächen hatten, verschiedene Fähigkeiten hatten. Gleiches galt natürlich auch für die eigenen Einheiten, die halt eben unterschiedlich gut waren. Und es gab auch Helden, die halt eben dann richtig stark waren. Leider funktioniert die App jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr, beziehungsweise die Server wurden wahrscheinlich einfach abgeschaltet, was einfach mega schade ist, weil ich Base Command eigentlich immer richtig durchgesuchtet habe.